Das NBBA JBBA Top 4 Und dann sieht man auch gleich seine Klasse 3, 2, 1, Sainz So, komm, macht wunderbares Anspiel Am 19. und 20. Mai In Hagen Schöner Backdoor-Kart Für diese 10 Minuten spielen wir das Beste, was in uns drin ist Bis jetzt mit Abstand der auffälligste Spieler hier Schön abgerollt zum Tor und jetzt wird das Kratten Live im Netz